Hallo zusammen, ich bin wieder da. Heute möchte ich heute zeigen, wie man ein Geschenk tutt für einen Gutschein basteln kann. Folgen die Materialien, binutigen wir Sherry, Kleber, Tisafelm, Slyfe, und das noch, Lenyal, und die Karte, und natürlich die Geschenk papier. Und jetzt, fange ich an. Und jetzt muss ich dann falten in jede Ecke. So, kleine Falten. Nun benutze ich jetzt Kleber. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.